Ja, Hallihallo, schönen guten Abend zur Open Stage hier mit Mersmann. Ich bin der Kalemosa, ja, guck mal hier. Wir zusammen sind die Kalemosa Experience, das ist normalerweise der Sebastian und ich. Und der Ludger, der aus dem schönen Kursfeld kommt und wir hier mitorganisiert, den habe ich gebeten, noch bei den ersten beiden Songs einfach mal mitzuspielen. Der Ludger, der ist der Einzige, der das kann, hier ist. Oh nein, der kann das. Also außer mit dem Schadsteller auch, okay. Ich bin dran. Ich komm zu euch mit meinen Liedern, ein paar sich am Ende, vielleicht ein oder zwei. Geschrieben haben es nicht so viele, wieder und wieder. Und das ist ein bisschen, weil er dann wieder am Ball ist. Und das ist ein bisschen, weil er dann fast am Ball ist. Und das ist ein bisschen, weil er dann fast am Ball ist. Und der Kabel in dem Lug, da überhaupt irgendeinem Popo, wird man so gut halten. Oh, jetzt ist das richtig, ich weiß, aber ich sage, hey, ich suche weil immer die große Melodie. Ich so, da, 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 da. Jetzt, die Bisschen. Drei, vier. Da, 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 da. Da, 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 da. Wir können schon, aber ich muss uns jetzt spriten. Wenn ich da rein, muss ich sagen, es macht auch ein bisschen. Denn am Schluss da ist immer Jetzt oder nicht Und jetzt hältst du da der Ludgang Diese kleine, diese kleine Melodie in Ludgang Wie geht's los? Jetzt der Ludgang, ganz schön Wie geht's los? Jetzt der Ludgang, ganz schön